Eilmeldung Wir haben Neuigkeiten über unseren Torwart Jan Olschowski. Sehen Sie sich das Video weiterhin an, um mehr Informationen zu erhalten, und abonnieren Sie den Kanal, um täglich aktuelle Nachrichten zu erhalten. Heute haben wir eine Nachricht über unseren Torwart Jan Olschowski. Leider wird der 21-jährige Spieler aufgrund einer Verletzung mehrere Wochen pausieren müssen. Während eines Testspiels gegen den Halleschen FC am letzten Mittwoch erlitt Olschowski in der 67. Minute eine Knochenverletzung am linken Daumen nach einer Kollision. Der Verein gab die Verletzung am Freitag bekannt. Olschowski hatte in der letzten Saison sein Bundesliga-Debüt und ersetzte in dieser Saison zweimal den Schweizer Jan Sommer sowie seinen Landsmann und Nachfolger Jonas Omlin. Wir wünschen unserem talentierten Torwart Jan Olschowski eine rasche Genesung. Wir sind zuversichtlich, dass er gestärkt zurückkehren wird und weiterhin mit Leidenschaft und Entschlossenheit unsere Farben verteidigen wird. Vergessen Sie nicht, den Beitrag zu liken, wenn er Ihnen gefallen hat, und abonnieren Sie den Kanal, um keine Einzelheit unseres Borussia Mönchengladbach zu verpassen. Bis zum nächsten Update, Fans!